Ich muss bei einem Kunden die Waschtisch-Eckventile austauschen und die Anschlüsse in der Wand sind viel zu tief installiert. Hier kann man gut erkennen, dass diese 7 cm tief in der Wand liegen. Die Eckventile sind bereits vorbereitet und eingehanft. Ich habe ein Video zum Thema Gewinde einhanfen auf meinem Kanal, wenn dich das interessiert. Es gibt die Möglichkeit, solche Messing-Hahnverlängerungen zu montieren, damit die Anschlüsse weiter nach vorn kommen. Auch diese muss man zuerst einhanfen. Jetzt ist es keine gute Idee, die Verlängerungen und die Eckventile einfach zusammenzudrehen und dann das Ganze einfach von vorne anzuziehen. Es kann dann nämlich passieren, dass das eine Gewinde sehr stark eindreht und das andere kaum. In diesem Fall haben wir natürlich das Risiko auf einen Wasserschaden. Die bessere Alternative ist die Verwendung von einem Hahnverlängerungsschlüssel. Mit diesem kann ich zuerst die Verlängerung eindrehen und danach erst das Eckventil. So stelle ich sicher, dass beide Gewinde genug tief eingedreht sind. Das Anziehen geht mir am besten mit einer Armaturenzange. Mit dieser kann ich immer wieder ganz einfach nachgreifen, ohne etwas zu verkratzen oder verstellen zu müssen. Nachdem die Verlängerung eingedreht ist, kann man den Schlüssel ganz einfach entfernen und das Eckventil als nächstes eindrehen. Das Eckventil drehe ich mit einem 19er Mahlschlüssel ein, da dieser perfekt passt von der Grösse her. Beim nächsten Anschluss sind sogar zwei Verlängerungen notwendig, da der Anschluss noch tiefer in der Wand drin ist. Auch hier drehe ich nicht die beiden Verlängerungen zusammen, sondern ich montiere beide nacheinander mit dem Verlängerungschlüssel, um sicher zu sein, dass alle Gewinde genug tief eingedreht werden. Alternativ könnte man die Verlängerungen auch mit einem sogenannten Stufenschlüssel und einer Ratsche eindrehen. Wenn du noch Werkzeug für das Projekt brauchst, dann schau nach dem Video in die Videobeschreibung. Jetzt kommt das Eckventil wieder dran und danach können die Panzerschläuche der Waschtischarmatur wieder montiert werden. Für regelmässige Tipps abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Bis zum nächsten Mal.